Industriemontage In unserer Industriemontage bearbeiten wir hauptsächlich Produkte und Materialien aus der Industrie von Kunden, die zum Beispiel Autos bauen oder Elektrogeräte. Wir haben viele unterschiedliche Kunden. Wir haben natürlich eine breite Masse an Kunden im Grunde genommen, wo wir immer direkt mit den direkten Zulieferern zu tun haben. Grundsätzlich sind die Tagesabläufe ziemlich ähnlich. Es kann aber natürlich sein, dass auch Produktionsprozesse sich mal ändern oder anpassen. Auch das bleibt bei uns nicht aus. Aber unsere Tagesstruktur ist im Groben gleich. Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir die Möglichkeit haben, mit unseren Kunden die Prozesse so abzustimmen, dass wir hier personenzentriert arbeiten können. Das bedeutet, es muss hier nicht alles schnell, schnell und unter Hektik fertig sein, sondern jeder kann mit seinen Möglichkeiten und seinen Fähigkeiten sich am Arbeitsprozess beteiligen. Ich würde mir wünschen, dass viele Firmen, die in Deutschland und auf der Welt arbeiten, sich mehr mit Menschen mit Behinderung beschäftigen. Denn das ist ein unglaubliches Potenzial.